hallo freunde schwarz grüße euch willkommen zu neuen unboxing jawohl so sieht es aus hier haben wir schon das nette paket stehen ich habe mir eine regenjacke jetzt mal gekulft wo da jetzt endlich mal zeit das war eine ab er hat man schon mal einen gelben sack und ich hatte mal einen anderen regen park also nicht regen parker sondern so einfach so dinge unseren zelt was immer schmeißen kannst du also plastikknöpfe die haben nicht gehalten das dinge dafür eine tolle geschwisterung ist einfach zu blöd das war mir so ärgerlich das teil und jetzt habe ich meine regenjacke gekauft und jetzt bin ich mal gespannt was ich dafür kriege den kleinen karton hier immer mal eins auspacken so mit einer hand ist natürlich immer so ein bisschen schwierig deswegen so da sind wir dann endlich auch hier von quatsch da ja gut das ist dann da wo ich gekauft habe die werbung für die schule seite rauskriegt raus für den karton und guck mal man kann so sehen was er ist wirklich nicht so ja ich bin ja ferrari fan formel 1 etc ups so das ist für mich meine größe 11 so legal noch mal ich ja also okay so regen parker jacke er von des gutes ferrari ja wohl habe ich bei ihr gekauft kostet mich 65 mecklen soll man für eine regenjacke sollte man schon mal ein paar euro ausgeben und ich war billig jetzt kaufen weil billig geht immer und meistens ist billig dann auch nicht die bessere variante oder bessere wahl so ich bin jetzt mal gespannt ob mir die pass hat jetzt einmal erst mal aus checken hier ja wohl muss mich bei ich habe noch so auf den herd da man so kann man den platz also ich habe vielleicht nur mal kleiner kaufen können aber da macht dann das mal nur schmalen dinge platz kann man auch pulli drunter ziehen hier sieht man mir gar nicht mehr wie man sieht sind auch lang genug regenjacke und hoffen wir doch dass eigentlich eine regenjacke genau das was er macht und jetzt mal zum daniel unterfahrer zum fußball zum formel 1 gucken hier füße sehr schön bin ich mir zufrieden ich habe zugenommen und sport ist so so geil dicker würde sagen danke fürs zusehen als andere schreibt in den kommentar ein oder sucht selber haut rein ciao ciao euer virus grüß dich uwe halt die ohren steif aber nur die ohren